Shuttle 2, klar zur Landung in Andock Station 9. Roger, initiere Landanflug. Hörlendur Andock Station 9. Ich sage Ihnen ständig, Sie sollen keine Soldaten mehr schicken. Und was schicken Sie? Lauter Soldaten. Signalexpertin. Ja, das ist für mich eins wie das andere. Wissen Sie, auf Pandora sind Sie darüber hinaus Dr. Harpers Problem. Wenn Sie ihn enttäuschen, dann wird es zu meinem Problem. Also gebe ich Ihnen einen guten Rat. Bauen Sie keinen Mist. Kapiert. Vergessen Sie Ihre Träume vom Urlaub in den Tropen. Machen Sie auf Cowboy wie die anderen Soldaten, dann sind Sie in spätestens zwei Wochen tot. Ich kann Ihnen versprechen, das hier ist die rauste Welt, die Sie je gesehen haben. Wenn Sie aber aufgeschlossen bleiben, werden Sie auf unvorstellbare Art und Weise belohnt. Exopack auf. Wiederhole Exopack auf. Pandoras Atmosphäre ist hochgradig flüchtig. Nehmen Sie draußen nie die Maske ab. Begeben Sie sich rasch zum Weitertransport. Willkommen zu Hause, Leute. Höllentor. Ich bin Offizier Midori. Keine Förmlichkeiten. Nennen Sie mich einfach Kendra. Ich bin an diesem schönen und gefährlichen Ort für Einweisungen zuständig. Wer von Ihnen ist Ryder? Das bin ich. Okay, Sie bleiben hier. Alle anderen gehen Sie an Bord. Der Shuttle bringt Sie zum Hauptkomplex. Untertitelung des ZDF für funk, 2017